Hallo, ich bin der Matteo aus Wuppertal. Ich bin 46 Jahre alt und Maler und Lackierer. Ich bin ein absoluter Sonnenschein, ein positiver Mensch, ein glücklicher Mensch, ein fröhlicher Mensch und liebe glückliche und fröhliche Menschen. Ich hatte noch nie 100 Tage an einem Stück keinen Sex. Ja, ich werde auf jeden Fall Kondome einpacken. Ich bin kein Player, allerdings mein Lispeln kommt schon ganz gut an bei den Frauen. Ja, so sweet halt, ne? Der suete Lispeln der Matteo. Big Brother ist für mich das Größte. Meine Oma und meine Mama haben immer gesagt, Matteo, du musst da rein. Leider sind sie nicht mehr da, sie wohnen jetzt im Himmel, sind meine größten Fans, schauen noch runter zu uns. Jetzt geh ich ins Haus rein. Oma, Mama. Es geht los, ich reiß die Bude ab. Tschau! Schau! Schau! P 회ist P – Vielen Dank.